Hey du, ja du, dieses Jahr nicht bei den Jugendmedientagen. Macht nichts, denn Politik Orange ist mittendrin, wenn junge Medienmacher die Hauptstadt stürmen. Er lebe. Redaktion haut nach. Wir durften dann noch live auf Sendung gehen. Spannende Workshops. Wäre es immer perfekt, dann wäre es ja auch langweilig. So viel journalistisch arbeiten wie möglich, weil man dadurch weiterkommt. Packende Interviews. Eine große Familie. Interessante Hintergrundgeschichten. Immer und immer wieder. Und das alles Tagesaktuell. Einfach nur Spaß und nette Leute, tolle Workshops. Noch Fragen?